Wir wieder nach oben gehen und unsere Grabungsarbeiten fortführen. Ja, ich habe mir wieder überlegt, auf meinen Kanal Commentary zu machen, da ich da sehr oft gefragt werde. Und ja, so einen kleinen... Wollte ich mal so erwähnen, ne? So, hier, die, da, du, da, die, da. Sperma, alle wollen Sperma, Halle, so. Gold oder Eisen ist das, ich kann es nicht sagen, das ist, weiß ich gar nicht. Ist eigentlich jetzt egal, oh Kohle. Rohstoffe sind sehr wichtig, davon können wir eigentlich gar nicht genug kriegen. Und es gibt XP, das ist schon mal so eine Motivierung dafür. So. Faden, ne, das ist eigentlich wichtig. Das ist so wichtig, so Schilder, mein Gott. Komm ja, machen wann man will. Und zwar haben wir... Doch, wir haben Fackeln dabei. Und zwar da wird da nochmal reingetan. Und dann wird hier weiter gegraben, denn wir sind noch lange nicht fertig. Wartet mal. So, dann wollen wir mal weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. So. Ja, okay, dann wollen wir mal... Oh, Diamanten. Mal wieder. Eins, zwei. Ja, mehr gibt's hier nicht, ne? Schade, aber besser als nix. Bei Grabungsarbeiten, wo man eigentlich keine Rohstoffe erwarten sollte, oder wo man nicht vorhat, Rohstoffe zu finden, finden wir mal kurz ein paar zwei Diamanten. Das chillt sich eigentlich sehr schön. Ist eigentlich gut. So, weiter geht's. So. Eins, zwei, drei. 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 Zählen kann ich auch. So. Wir sehen uns gleich mal unten. Und ja. Freut euch schon. Weiter, 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 weiter. So. Dann wollen wir mal. Mir gehen langsam die Themen aus. Ich bin ja unvorbereitet. Ich bin ja mit der Mitternacht in die Aufnahme gegangen, damit ihr was für die Folge, nee, für die Woche habt, bis Freitag. Denn, ja, so bin ich halt, ne? Kein Tag ohne ein Let's Play. Nee, doch, schon, aber. So, weiter. Oh. Wieder Rohstoffe. Und zwar gar nicht mal so unselten, ne? Oder unwichtige. So, mit der Diamant Spitzhacke geht's eigentlich schnell, auch wenn die gleich kaputt ist, ist kein, eigentlich keine Sorge, denn wir haben genug, äh, Spitzhacken. So. Sehr schön. Könnt das, den Gang können wir ein bisschen breiter machen, eine Stufe höher. So. So. So, weiter, wird gehackt. Die Decke wird einst höher gestahnt. Mann, mein Gehirn ist so müde. Egal. So. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Freiraum, finde ich praktischer, und zwar wegen der Optik. Ähm. Die Rohstoffe kratzen wir uns auch mal aus der Wand raus. Ich denke mal, ein paar Bäume sind auch wieder gewachsen, dann können wir wieder Leitern machen. So. Das ist schon tief, hätte ich nicht gedacht, dass das so tief war. Und zwar kommen die Leiter dann hier. Dann geht's nach oben jetzt mal. So. Mann, werden wir viele Leitern benötigen. Alala. Naja, was soll's, man kann nix ändern. So ein Stack-Leitern wird da fällig. OMG. Fuck. Äh. Wir sind hier irgendwo gespawnt. Okay. Ähm. Die Regel besagt ja nicht, dass wir nicht sterben dürfen. Ähm. Deshalb. Ich komme hier gar nicht anders raus, oder? Kann das sein? Die Regel. Äh. Ja. Ähm. Mach's super. Keine Spitzhacke. aber ich will aber nicht fliegen jetzt ich will das mal irgendwie lösen boah ist das tief das war wir werden das nein keine bäume wie machen wir das es kein blog hätten wir auch verkackt machen wir das jetzt so ja so mein gott was wir jetzt machen wir müssen warten bis hier bäume kommen und anders können nichts machen so und zwar wir müssen jetzt einfach warten keine frage wir können nichts unternehmen oder wir können seht ihr was ist ja auch wer sehr sehr wenig komm während dem alltag du kleines nacht leben nightlife in island sehr sehr spannend mit vielen fackeln lichtern und pipapo ja vielleicht eine frage übersehen mein gott so ja keine bäume wachsen das ist ein bisschen schade habe ich hatte und die hätte es leider nicht die ganze zeit also wenn ich die alte verliere dann krieg ich einen namen verlieren ich brauche nur eine spitzhacke eine stein spitzhacke würde eigentlich im prinzip auch kommt wenn ich die ganzen items da verliere dann kriege ich einen anfall dann steht ich mir die wieder in den nächsten aufnahmen der spaß aber ist es wo wenn ich die verliere alter muss wieder von vorne sozusagen anfangen aber wie dem auch sei warten wir mal hier gespannt dass was passiert ja mehr kann ich nicht machen oder sprengen und für sprengen wenn ich ja sehr bekannt ich habe ich hoffe mal wenn die sonne aufgeht dass ein baum hier wächst ich hoffe sehr ja schnell 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 so wir brauchen eine große baum plantage das ist viel zu klein wir brauchen viel viel mehr so wir brauchen ja aber erklär beim